Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und schau dir das mal an, Kata. Was ist das denn hier? Oh, what? Schau mal nach oben. Bei welchen? Was ist denn da oben? Moment mal, die sind richtig weit entfernt. Warte mal kurz. Oh, die sehen richtig krass aus. Die sehen richtig hart aus. Ich kann doch nicht bis oben drauf schauen. Ich auch nicht. Okay, was ist das denn hier? Können wir damit fliegen? Wollen wir es mal ausprobieren? Willst du mal fliegen, Kata? Ja. Okay. Und wir fliegen. Nice. Guck mal nach oben, die zwei Welten. Das sieht so heftig aus. Oh, das ist richtig krass. Das sieht jetzt auch alles. Ja, richtig krass. Wir haben hier unser Luftschiff ein bisschen umgebaut. Gerade eben hat es nicht ganz gut funktioniert, aber so funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Kata, fliegen wir zum rechten oder zum linken? Weiß nicht. Was würdest du sagen? Lass es zum rechten fliegen. Okay, dann gehe ich ein bisschen mehr nach rechts steuern. Okay. Ich glaube, du musst auch ein bisschen näher ran noch. Ich bin so gespannt, was sich darauf befindet, Kata. Was ist denn da oben? Keine Ahnung. Das ist richtig komisch, oder? Es ist echt sehr, sehr seltsam. Das sieht so cool aus mit den Bäumen und dem Wasser dort. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Aber wir steigen so langsam. Das sieht so lustig aus, wie du nach oben schaust. Ja, ich muss irgendwie steuern. Guck mal, wie hoch das ist. Schau mal nach unten. Oh Gott. Oh Gott, nee, ich will nicht nach oben schauen. Oh Gott, oh Gott, das ist viel zu tief. Oh, wir sind gleich da. Das sieht so heftig aus, tatsächlich, die zwei Welten. Kann ich hier eigentlich das Boot abbauen? Nö. Wer? Es funktioniert nicht, Kata. Alles gut. Oh, wir sind gleich oben an der Kante. Schau mal, siehst du da rechts diese Höhle? Ja. Das sieht echt sehr interessant aus. Ich habe echt Angst, was sich da oben drauf befindet. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher ran, oder? Ja, ja, ich will einen Überblick verschaffen dann. Sehr gut. Aber wir sind ja gleich oben. Wir sind so hoch. Oh Gott, ich will niemals hier runterfallen. Das ist viel zu hoch. Oh Gott, okay, gleich sehen wir was. Was da oben abgeht. Wir können auch schauen, was links sich drauf befindet. Aber bis jetzt sieht es noch gut aus. Oh Gott, da kommt man links. Da bist du. Das ist... Aber rechts, da bin ich. What? Wir haben eine... Oh, guck mal. Wir haben eine Epic-Stun-Welt. Und eine Kata-Welt. Krass. Guck mal, die kommen zu mir, die ganzen Epic-Stuns. Ja. Oh nein. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht. Wollen die uns angreifen? Soll ich mal da oben landen? Ja, mach das mal. Oh, das sind Kisten. Oh, sehr gut. Oh, guck mal, da hinten. Die ganze Welt ist aus Katas. Ja. Oh, Katas, du bist abgesprungen. Ich komme auch. Die Epic-Stun-Schlagen-Misch. Oh nein, das ist ein Kata. Katas, unser Luftschiff ist abgestürzt. Schau mal. Ja. Oh, guck mal, wie viel. Das ist wenigstens noch da. Das sind so viele Epic-Stunts hier überall. Hallo, Epic-Stunts. Ja. Hallo. Was haben wir denn hier drin? Guck dir das mal an. Wir haben eine richtig krasse Rüstung. Oh. Und hier? Oh, wir haben eine Minigun. Nice. Oh, das ist richtig gut. Okay, ich nehme mir mal alles raus hier. Das ist ja richtig nice. Wir haben eine Kalaschenkopf, eine Minigun und einen M4. Was? What? Okay, warte mal. Ach, wie siehst du denn aus mit der Rüstung, Katas? Und wo ist? Oh, hallo, Offizier Katja. Guten Tag. Hallo. Okay, ich würde sagen, wollen wir mal runtergehen? Warte mal. Ja. Wir springen höher, oder? Kann das? Oh. Katja, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich bin echt gespannt, wie stark. Oh, unser Luftschiff ist hier. Richtig stark. Oh. Alter, die Epic-Stunts machen mir richtig Damage. Wir müssen hier echt aufpassen. Hinter dir, Katja, hinter dir. Renn, renn, renn. Hinter mir? Ja, warte. Oh. Nein, das sind richtig viele. Das sind viel zu viele. Hinter mir sind auch Epic-Stunts. Überall. Oh, Gott. Überall. Oh, überlebst du das, Katja? Okay. Guck, dass sie dir hinterher rennen. Und dann... Oh, Gott. Die dürfen auf keinen Fall von mehreren Seiten kommen. Wo bist du denn? Oh, Gott. Katja? Ich nehme jetzt die Minigun. Oh, ich höre es. Was ist denn hier los? Pass auf hinter dir. Ich helfe dir, ich helfe dir. Das ist irgendwie eine Epic-Stunts. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, hinter dir. Hilfe. Oh, Gott. Ich muss hier weg. Ich bekomme richtig Damage. Ich bekomme richtig Damage. Oh, Gott. Warte mal. Ich kann hier... Au. Ich kann hier rein. Okay. Die sind alle unter dir. Oh. Die sind bei mir im Feld drin. Hilfe, Katja. Ich helfe dir, ich helfe dir. Ich höre auch mal meine Minigun. Oh, die halten ja so viel aus. Ja. Oh, oh, guck mal. Die Minigun aus. Guck mal, wie viele sind das denn hier? Oh, Gott, oh, Gott. Die halten echt viel zu viel aus. Oh, ich habe ein ganzes Magazin schon drauf geschossen. Ja. Oh, Gott, oh, Gott. Katja. Oh, guck mal, wie viele sind das denn? Können wir sie hier eigentlich im Gitter einsperren? Das wäre lustig. Warte mal. Oh, nein, nein, nein. Sieht auch wieder raus. Oh, ich habe ein paar. Ich habe ein paar. Okay, okay. Aber das ist echt so, so schwierig. Komm, Katja. Das kriegen wir zusammen hin. Oh, ich bin tot. Oh, nein. Was war das denn? Okay. Ich glaube, ich habe dich ein bisschen getroffen. Ja, das kann vielleicht sein. So, wo bist du denn jetzt schon wieder hin, Katja? Am Ende. Ah, ich höre dich. Alle laufen hinterher. Ja, danke. Ich glaube, das war ich. Okay, Katja, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hinten beim Luftschiff. Alter, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Denkst du, wir können nochmal in das Luftschiff einsteigen? Ich glaube schon, aber... Okay. Würdest du sonst was? Ja, wir könnten vielleicht drüber fliegen, wenn wir hier alle haben. Oh, oh, ich habe dich hier verspüsselt. Au, das bin ich. Nicht den falschen Epic-San abschließen. Hey, ich habe eine Rüstung an. Oh, oh, du musst mir helfen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh Gott. Oh, oh, das war ich. Und kommt. Oh, das war wieder ich. Okay, sehr gut. Kann wir die runterstupsen? Au, oh, ich bin gleich tot, Katja. Ich bin wieder in deinen Schuss gerannt. Sorry. Oh, komm, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir. Na, komm, den kriege ich. Oh, ich darf nicht so in deine Richtung schießen. Da hinten stehen so viele Katjas. Oh, wie gut ist das denn? Wir machen aber noch nichts. Ja, vielleicht sind die lieb. Ich bin mir nicht sicher. So, ich helfe dir mit denen hier noch. Ja, stoße einfach runter. Oh, sehr gut. Auf wie viel weit die runterfallen? Tschüss. Okay, ich glaube, wir haben fast alle. Ja, wir haben es echt bald geschafft. Die kriegen wir auch noch. Oh, oh, warte, ich helfe dir. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ich auch, ich auch. Okay, renn weg, renn weg. Ich hole mir die hier. Oh, ich bin so gespannt, was auf der anderen Insel da abgeht mit den ganzen Katjas. Echt? Das sind ja richtig viele. Oh je, ey. Oh, hier sind doch noch mehr, als ich gedacht habe. Ja, ich komme wieder zu dir. Ah, da bist du. Okay, aber es sind tatsächlich echt nicht mehr so viele insgesamt. So, komm, den kriegen wir auch. Weg mit dir. Aber ohne die Minigun geht das gar nicht. Ja, ja, zum Glück haben wir die Minigun in der Kiste gefunden. Sonst wäre das echt fast unmöglich. Wo bist du, Anna? Wie das aussieht. Katja, räumt hier auf. Oh Gott, da hinten. Oh, ich helfe dir, Katja. Oh, da steht der. Oh, das war ich. So, den hole ich mir auch noch. Komm her. Und dann haben wir, glaube ich, echt nicht mehr viele. Da hinten stehen noch ein paar. Und dann haben wir, glaube ich, schon fast alle. Ja, stimmt. So, komm, durchkriege ich auch. Oh Gott, ich glaube, es sind nur noch drei am Leben. Kann das sein? Das kann sein. Da hinten, ne? Hier ist noch einer bei mir, glaube ich. Ich schaue mal auf der anderen Seite so ein bisschen. Mach das mal. Oh, ich muss anladen. Ich muss anladen. Nicht schauen. Oh, doch. Komm, ich will hier runterboxen. Nee, ich glaube, es sind alle sexen. Tschüss. Da ist einfach runtergefallen. Da ist noch einer. Hier, hier. Ich boxe hier runter, okay? Komm, Epic-Star. Ich hau dich weg. Und tschüss. Oh, warte. Tschüss. Okay, wir haben tatsächlich alle. Wollen wir rüberfliegen? Ja, können wir machen. Ich bin mir, ich weiß nicht, was da drüben abgeht. Denkst du, die greifen uns auch an, die ganzen Kater aus? Glaub nicht. Ich hoffe es nicht. Oh, okay. Ich stecke schon mal hier ein. Ich hoffe, unser Luftschiff funktioniert noch. Und? Okay. Ja, ja, ja. Wir können, wir können losfliegen. Okay. Ich bin so gespannt, was uns dort erwartet. Da drüben, in den ganzen Kater. Mhm. Kriegen wir dort nochmal neue Waffen? Das wäre eigentlich richtig cool. Aber ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee, Kater. Wir benutzen das Luftschiff einfach so als fliegende Base. Oh, das ist eine gute Idee. Wollen wir dann einfach in der Mitte uns da so? Ja, ja, ja. Oder auf der streien Fläche? Wir gehen einfach mal, wir schweben einfach mal hier hin. Und dann gucke ich mal, ob ich hier... Pass auf. Ähm... Zack. Oh, nein. Nein! Oh, Kater. Kannst du dich hier hochstecken vielleicht? Oh, Gott. Ich helfe dir, ich helfe dir. Die greifen dich an. Das sind so viele Katers. Oh, nein, nein, nein. Oh, die kommt von hier mal. Ich helfe dir von hier oben. Aber die sehen so süß aus. Ja, das stimmt. Aber die greifen uns an, Kater. Okay, siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Okay, komm zu mir. Versuch einzusteigen. Oh, mein Gott. Schnell, 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 schnell. Jetzt. Rechteck. Yes. Du bist drin. Ab nach oben. Okay, pass auf. Ich muss jetzt... Ähm... Zack. Nein, du fällst immer durch. Aber ich bin auf dem Baum. Du bist auf dem Baum? Okay, warte mal. Kann ich mich hier durchba... Guck mal. Ich kann mich hier durchba... Du kannst hier rein. Hallo, ich bin über dir, Kater. Brauchst du Munition? Okay. Oh, wie sieht das denn aus? Warte, komm ich irgendwie zu dir? Ja, ich kann hier einfach durch. Achtung. Ich bin bei dir. Oh, zack. Hallo. Hallo. Wie viele sind das denn? Guck mal, die wollen alle zu dir. Ja. Tschüss, ihr Ganzen, Kater. Tschüss. Es gibt nur eine echte. Weg mit euch. So. Oh, da stehen noch so viele. Ja, das sind auch richtig viele. So, so, so viele. Komm, die kriegen wir auch noch. Tschüss. Und du auch noch. Aber halten die genauso viel aus? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein bisschen weniger. Kann das sein? Ja, das kann echt sein. Und... Na, obwohl. Die halten schon sehr, sehr, sehr viel aus. Tatsächlich. Oh, die schlagen mich. Hey, was soll das denn? Die schlagen mich auch. Hört auf damit. Und die haben ganz schön... Aua. Die stehen hier sogar auf dem Dach, Kater. Was ist denn hier los? Echt? Ja. Runter vom Dach, Leute. Was macht ihr da? Okay. Ich bin gerade am See. Ähm, okay. Ich gucke mal, dass ganz viele hinter mir herrennen. Vielleicht kann ich die alle runterstupsen. Oh, guck mal. Ich werde von 1000 Katas verfolgt. Ja. Au. Oh, die schlagen mich auch. Aua. Hört auf. So. Kommt alle mir hinterher. Oh, wir sind alle mir hinterher rennen. Okay, jetzt mache ich... Oh, nein, 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 nein. Die schlagen mich runter. Oh, Kater. Guck dir das mal an. Oh, Hilfe. Was ist denn hier los? Die sind hier alle runtergefallen. Echt? Die stehen jetzt hier alle. Oh, guck mal, wo ich stehe. Warte, warte, warte. Ich komme zu dir. Hier, kommt zu... Hi, guck mal hier, was hier los ist. Die sind mir alle hinterher geraten und runtergefallen. Loll. Nein, nein. Nein. Was? Kater, wo bist du? Ich bin hier unten. Oh, oh, komm wieder hoch. Wie kann das kommen her? Ja, ich sehe das schon. Die sind mir auch hier alle hinterher gesprungen. Ich glaube... Oh, da kommen noch mehr. Warte. Kommst du wieder hoch? Äh, ja. So, weg mit dir. Tschüss. Okay, ich mache schon mal hier oben weiter. Ich hoffe, das schaffst du. Oder... Hast du noch Blöcke? Ich fahre mich hoch. Ich fahre mich hoch. Okay, sehr gut. Komm. Oh, das sind so viele. Das sind so viele, Kater. Aua. Alles gut. Was ist denn los? Das ist so gut. Kommt alle her. Ich will euch runterstupsen. Kommt her, die ganzen Katas. Einen nach dem anderen. Ja, gar kein Problem. Richtige. Oh, hallo. Oh, what? Sorry. Was ist denn hier los? Okay. Da kommt sie einfach und räumt auf. Aua. Ich helfe dir. Zack, die haben wir auch. Es gibt echt nicht mehr viele hier. Kommt, die stupsen wir auch runter. Tschüss. Okay, die noch. Oh, das bin ich. Sorry. Ich bin fast gestorben, Kater. Oh, da sind noch so viele hinter dir tatsächlich. Ja. Okay, ich helfe dir. Kommt, die kriegen wir. Sehr gut. Und die ist auch schon weg. Und ich glaube, da hinten war noch eine. Ja, hier steht noch eine. Weg mit dir. Ah, du bist nicht die echte Kater. Oh, ich habe keine. Und die. Na, komm. Ja, okay. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es geschafft tatsächlich. Nice. So, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.